Moin bei Morrillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Rapsplay. Heute mal ne Runde mit Murdoch und der gute Felix ist mit am Stisse. Oh ja, wie immer. Wie immer, sagt er. 300 Jahre nicht mitgespielt oder wie immer. Ja, ich hab' ich auch halt. Wer geht denn wo? Wer geht denn links? Ich mit Stil oder was? Ja, geh mit Stil. Oder geht Stil mit dir? Ne, ich geh' alleine. Du gehst alleine? Okay, dann geh' ich mit Stil. Willst du viel, spiel' mit Stil. Mit Stil? Ich hab' da jetzt auch einen Spruch so ähnlichen gehört. Ich benötige Hilfe. Ach, die will den Red Buff machen, hä? Rote Stärkung. Dann machen wir das nochmal, wenn sie das möchte. Na komm her, du dumme Sau. Fae bei mir? Nein. Wird schwer gegen die. Allein. Ne. Ne, Murrillos. Okay, dann geht's. Wie lange hab ich schon nicht mal gespielt hab, gefühlt. Echt? Wann hast du das letzte Mal gespielt? Keine Ahnung, fünf Tage. Okay. Ja, ich hab' keine Ahnung. Ich mach' Ausbildung und dann komm' ich immer abends heim und denk mir so, oh ne. Ich will jetzt auf die Couch chillen und erstmal nichts tun. Keine Ahnung. Aber ich hab' mir jetzt vorgenommen, wieder öfters zu spielen. Okay, nice. Ja, das spielen ja jetzt hier alle nicht mehr so viel. Ja, eben. Seit der Käffi damals den TS nicht zum Laufen gebracht hat, steht nix mehr los. Ja, genau. Dann sind sie alle auf den anderen TS und da kamen sie jetzt wahrscheinlich immer noch rum. Ja. Alles gehört schuld. Ja. Anzeige raus. So, hier ist ein Richter, der mich hooken möchte. Da krieg' ich die Hucke voll. Hahaha. Oh, ein Rhyme. Oh, die haben ne Gadget. Oh ne, ich hasse Gadget. Ja. Oh, Gadget ist immer so mies. Da ist ja jemand mit dieser blöden Mine, die einem auf dem Kopf sitzt. Ja, echt? Na, die ist schon der Mitte. Das ist nicht unser Problem. Okay. So, ich muss mal hier ein paar Minen hinlegen. Okay, er hat den Last Hit. Wir haben hier einen Twin Blast und einen Richter auf der Lane. Ach, hör doch auf damit. Aua, 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 aua. Boah, die Minions machen so viel Schaden. I don't like diese. Oh, boah, du magst sie nicht auch. Ne. Hast du zufällig einen Xbox? Nein, ich hab keine Xbox. Ich hab nen PC, da brauchen wir keine Xbox, oder? Ja, ne, es geht nicht darum, ich wollte, ich habe das Forza Horizon gekauft und wollte mit Controller spielen. Ja. Rennspiele mit Controller bestens. Ja, ja. Aber, und eben, und mit dem Xbox One Controller geht das, aber ich weiß nicht, ob es mit dem Xbox 360 auch geht, weil mein Onkel hat einen übrigen Controller, weißt du? Äh, ach so, sind das nicht dieselben sogar? Also, ich hab so einen für PC gekauft. Das ist ja der Xbox One Controller mit USB-Anschluss. Ja. Genau. Also, die normalen Xbox One Controller gehen wirklich dafür. Sogar je. Ja. Aber bei der 360 weiß ich das. Äh, das weiß ich auch nicht. Oh, sehr nice. Kalari gibt den Löffel ab. Äh, hier sind die alle irgendwie Mist. Ich weiß nicht, wo sie sind. Steel ist jetzt voll am Pushen hier. Ah, Twin Blast kommt zurück. Ich war ja letztens im Urlaub in der Türkei und jetzt komme ich erstmal zurück und bin erstmal krank. Richtig geil. Aber, ja, keine Ahnung. Also, meine Freundin war halt schon erkältet, bevor wir in den Urlaub sind, aber die hat es die ganze Zeit nicht geschafft, mich anzustecken. Und jetzt, wo wir aber zu Hause sind, weiß ich nicht, bin ich direkt krank geworden, ey. Einen Tag daheim, schon krank. Es haben viele, gell, dass die nach dem Urlaub krank werden. Ja. Ja, gut, wenn die dann... Hier in Deutschland ist es jetzt auch nicht so warm und ist auch ein bisschen am Regnen und so. Äh, das ist dann schon ein Unterschied. Ich glaube, das Immunsystem geht dann so ein bisschen down einfach. Ja. Kann Riktor eigentlich durch die Wand von Steel hooken? Nee, sollte nicht. Okay. Sollte. Also, ich sage wirklich, sollte. Ich habe letztens auch gesehen, dass... Ähm... Warte mal. Ja. Ähm... Genau durch meine Deckerwand ist immer durchgelaufen. Okay. Einfach so, keiner will das gemacht hat. Will ich auch gar nicht wissen. Hahaha. Ich nicht. Mich richtig angepisst. Waaah. Ach, den Tab lieber zu. Geht das? Es geht nicht. Schließt Chrome. Es geht nicht. Was hat sie? Sie hat letztens... Die hat so ein Virus auf ihrem PC gebracht. Oh. Ähm... Wie heißt nochmal? Burning Series. Ah, okay. Und... Ähm... Ja. Verb Chrome. Durch Burning Series ist ein Virus. Hatte ich ja noch nie. Du kennst ja den Virus, der dir vorgoogelt, dass es Google wäre. Aber es steht Search dran. Kennst du den? Nee. Der ähm... Klaut deine Daten alle und macht deinen PC extrem langsam. Und... Wenn du zum Beispiel Microsoft eingibst, kommt... Dann sagt der... Steht der www.microsoft.de... Da kommst du auf die eine Seite. Die schaut ganz so ähnlich aus. Wenn du so dort Sachen kaufst, dann kommen die gar nicht von Microsoft. Ach so. Der denkt nur, das wäre Microsoft. Ach du Scheiße. Der simuliert die Seiten, die es aber gar nicht tut. Schau, das ist schon wieder gemacht. Hätt grad fast wieder im Virus drauf drückt. Chrome... Also Chrome ist voll krankhaft. Warum, du kannst den Chrome-Ampfändig zumachen. Okay. Voll krankhaft. Ist ja crazy. Das hast du vielleicht App-Logger schon da drauf. Ich hab immer... Wow, 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 wow. War nicht mehr normal, nicht mehr Klipsfach. Alter, Chimera. LOL, hat er mir Damage gemacht. Okay, ich bin tot. Deal Ulti. Okay. Ach du Scheiße, ey. Hab ich jetzt Schaden bekommen. Was zur Hölle? Ja, der hat mich geultet und ich bin fast zur Hälfte gestorben. So. Ja, das ist klar. Der Typ. Den Worts mit, ey. Mich am Arsch lecken. Am Arsch! So, ich bin wieder da. Ich weiß nicht. Mann, 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 Mann. Ähm. Ich glaub, das kam mir grad echt mir so komisch vor, weil der Ad-Blogger da unten was angezeigt hat. Das kam mir so komisch. Ach, das war, dass es abgestürzt war, ich ja seit Prozester das alles beendet hab. Ach so, egal. Braucht du Hilfe drüben oder geht's für euch? Äh, keine Ahnung. Ich bin tot. Ich bin halt tot, ne? Oder ich war tot und bin wieder auf dem Weg. Immer das gleiche mit dir. Immer das gleiche, ja. Chimera kommt zur Mitte. Zum... I will survive, Typ. I will survive. Ich hab die meisten Last-Hits hier im Game. Hallo? Pro-Gamer. Hallo? 27 Jahrzehnen mehr als ich. Echt? Dann muss ich mal aufholen, würd' ich so sagen. Moodle hat 33, 34. Ach so, ich war ja schon back deswegen. Der scheiß Rector, ey. Der wirft ja immer... Der hält immer seine Hand so hoch. Dann sieht man immer direkt, dass er gleich einen hooken will. Ja. Ach, hör doch auf damit. So, Steel. Hook daneben. Wie hört der denn, Leute? Ah, ich könnte mal... Ah ne, wir haben Worts hier. Jawoll! Endlich haben wir auch mal einen Kill. So muss das sein. Hast du denn jetzt drei Kills nach acht Minuten gefahren? Ja. Nein. Komisch. Geilo! Hast du jetzt mit der... Hast du jetzt mit der Spielzeitverkürzung eigentlich gesehen, was die für die Spielzeit reichen wollen? Ja, 31,5 Minuten. Alter. Geht gar nicht. Viel zu wenig. Finde ich aber auch. Also wirklich. Ich finde so... Immer zwischen halben und dreiviertelstunden ist ein normales Game. Ja. Alles was darüber wird, finde ich cool ehrlich gesagt. Und meistens spannend. Und die Schreibereien, das ist viel zu viel, wenn es über eine halbe Stunde geht. Ja. Das... Das kotzt die meisten an. Denken wir so, hä? Ja, finde ich auch komisch. Vor allem, das ist ja ein MOBA. Das ist nun mal, äh... Dass es lang ist. Also, LOL hat offizielle Spieldauer, glaube ich, meistens so 30, 45... Ne, 35 Minuten haben die offizielle Spielzeit pro Runde. Okay. Und, ähm, da komm ich meistens auf 35 bis 45 Minuten Spielzeit. Das finde ich auch normal hier. Also, ich fand das auch gar nicht schlimm. Wenn's für eine dreiviertel Stunde, finde ich perfekt eigentlich ehrlich gesagt. Fand ich immer toll. Ja, 25 Minuten, wenn das Spiel dann danach rum ist, finde ich's am geilsten. Ja. Ja. Ey, ich find's auch geil, wenn's mal anderthalb Stunden dauert ab und zu. Weißt du? So ne Runde. Ja. Wenn das so voll hin und her geht, ist mega spannend. Also, ich find das cool. Ja. Wenn ich die richtigen... Wenn ich die richtigen Follow-Up am Team mache. Ja. Du-du-dum-du-dum-du-dum. Jetzt haben wir die Gadget hier auf der Lane. Jo, Steel, der wüter ich. Hat der den Gottsgehender oder nicht? Äh... Ne, der hat diesen... Diesel? Keine Ahnung. Oh, Camera auf dem Weg zu uns, wie's aussieht. Gadget geht weg, Richtor kommt. Okay. Jawoll. Offel. Der OP ist da. Jo, hast du schon mal in den Himmel geguckt, bevor der kommt? Ja, ja, klar. Der wird der ganze Himmel lila. Ja, ja, der kommt ja dann als Komet runtergefallen. Hast du das noch nie gesehen? Das ist aber schon... Jaja, ich hab das nur gesehen, dass der immer... Also, wenn... Ich hab das Geräusch gehört und dann hingeguckt. Ja. Aber dann ist der AG gelandet grad. Ich hab's grad in den Himmel geschaut, weil der so lila wurde oben. Okay. Hast du schon cool gemacht, ey. Ist auf jeden Fall geil. Dass er dann so runterkommt. Voll episch. Äh, Mitte muss aufpassen. Oh. I will survive. Er kommt zurück. Ah, ich glaub... den neuen Meter hier in Paragon. Support gegen Support. Haha. Oh, jetzt kommt Richtor hier hin, alter. Nein. Die scheiß Minions. Jetzt sind die wieder aufgefüllt, ey. Okay. Oh, Kalari stellt ein Wort dahin. Oh lol, Chimera. Alter, der frisst mich so weg. Okay, ich bin tot. Und tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Denn einfach mal ein Fass, ich so ein Typ wie bei dir hab. Ja. Oh man, ich steil die Alte ab. Komm, 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 mach die Rüstung von der weg. So macht man das. Dödödödöm. Oh, Kalari. Wer ist denn da noch? Kalari? Gegen? Wer ist denn das? Twinblast und? Muriel ist, glaube ich, noch dabei. Okay. Ich glaube, die hatten Disconnect. Muriel hat gar nichts mehr gemacht. Oh, fuck. Ich muss nach links. Il wollte gehuckt werden. Nein, nicht getroffen. Alter, warum greifen die Minions mich an? Was ist denn los mit denen? Böse, böse Minions seid ihr. Voll daneben ins Leere geschlagen. Das sah lustig aus, ey. Die ganze Zeit so bam, bam und dann auf einmal schlägt er und es kommt kein Ton. So, hier ist ein Ward-Demos für uns. Okay, da bin ich einmal von der Lane, hab an den Tower gepusht. Und dann ist er schon wieder bei mir. Ja, ja, klar, das geht so schnell. Wir haben hier links keinen, äh, einen Harvester. Damit ist das ein Auffall unnötig geworden, ist mir aufgefallen. Baut keiner, Mensch. Baut keiner mehr auf, außer die in seinem Jungle. Wow, er wollte mich hooken. Deal down. Oh, Gadget auf dem Weg zu mir. Ich muss abhauen. Hi, Gadget. Lol, der hat alles daneben geschossen. Alles. Ich bin nicht mehr aus dem Reisemodus. Zwei Attacken plus ein Autoshot. Alles daneben. Wie geil war das denn? Vielleicht wird wieder ein Hook kommen. Hook Coburg. Oh, Mann. Autsch. Jetzt hat er mich geslowt. Komm, Eugen, Eugen. Komm her. Also, wir sind aber relativ lang auf der Lane gerade, finde ich. Ohne, dass ein Tower fällt. Ja, allgemein. Valarik, komm mal zu mir. Okay. So, dann hier noch eine Mine hin. Hier ist immer noch Riktor und Eugen. Hier ist immer noch Riktor und Eugen. Was hat er vor? Hat er ein Wort aufgestellt oder was? Ich habe auch noch ein Wort. Aber da hinten steht noch einer. Da stellt er die blaue, schöne Wand auf. Die sieht auch ein bisschen anders aus als vorher, finde ich. Die blaue Wand. Welche? Die normale, oder? Du meinst schon die von einem Godskin. Keine Ahnung. Ne, der hat ja den Godskin nicht. Oh, der mittlere Tower ist ja bald weg. Wäre ja auch schon mal schön, wenn wir wenigstens ein Tower wegkriegen würden. Ja, das ist auf jeden Fall. Dann geht nämlich die neue Verteilung hier los. Junge, Junge, Junge. Der trifft nie einen Hook, ey. Echt so schlimm? Ja, der hat noch gar keinen getroffen. Ich habe auf jeden Fall noch nicht gesehen, dass der irgendwas geschafft hat. Aber wir haben kein Wort mehr da drüben. Ah, die haben aber einen. Komm wieder daneben. Boah, ich muss gleich auf Durchdringung bauen, ey. Kriegt ihn ja gar nicht kaputt, den Richtor. Das ist ein Sack. Ich habe neun Punkte, die könnte ich gleich mal ausgeben gehen, glaube ich. Mensch, das ist ja wenige, oder? Ja. Ja, ich glaube, 30, 40 Punkte geht man doch. Ja. Das wäre schön, ey. Könnte man lange auf der Lane bleiben. Oh Mann, Steel ist wieder down. Jetzt wurde Steel gehuckt. Jetzt kann ich nicht zurückgehen. Weil sonst fällt der Tower hier. Ja. Ja, das stimmt. Oh Mann, Steel, ey. Der hält doch gar nichts aus gegen die. Haben wir ja auch gerade zu Feier. Der war schon zweimal gestorben, oder? Ja. Ich meine, ich auch, aber... Aber das ist ein Tank. Ja, eben. Und wieder daneben gehuckt. So, schön gegenpushen, damit die hier nicht pushen können. Oh oh. Oh Mann. So, einer von denen ist backgeportet. So, ich könnte jetzt auch mal back... Ah, warte, ich habe gleich... Das Ding in voll. Dann habe ich zwölf Punkte, dann gehe ich erstmal zurück. Aber jetzt... So, bin gleich zurück. Oh, Kalari geht auf Twin Blaks. Aber Chimera kommt dazu. So, bauen wir erstmal das fertig. Dann nehmen wir Leben und das. Und dann können wir eine Kernschmelze kaufen. Die brauchen wir nämlich jetzt. Brauche ich halt irgendein Deck nach eigentlich, oder? Äh, das ist das Annihilation 2 Deck. Von Final Gaming. Was ich hier gerade habe. Irgendein Lieblingsdeck, wo du sagst, aber... Äh, für Murdoch jetzt speziell, meinst du? Mhm. Äh, ja, das ist eigentlich so das Coolste, was ich bis jetzt hatte. Finde ich eigentlich ganz geil. Weil du kannst es halt ohne Crit oder mit Crit spielen. Je nachdem. Du kannst es halt anpassen. Meistens baue ich das ohne Crit komplett aus. Und verkaufe am Ende dann drei Karten und bau dann auf Crit um, weißt du? Finde ich eigentlich so am besten. Wie viel Crit spielst du dann? Und hast Geschwindigkeit dann auch dabei? Ja, ist ein bisschen Geschwindigkeit. Ähm, Crit ist dann 30 Prozent, glaube ich. So. So. Lol. Er hat einen Minin gehuckt. Alter, wie kann man das schaffen? Oh, der hat's gemacht. Der weiß, wie's geht. Oh, Chimera von hinten. Junge, Junge, Junge. Das war knapp, weil da kam der Thunblast noch dazu. Hm. Die sind beide da. Wo ist denn der Chimera jetzt hin? Ich lasse, dass er jetzt noch links um die Ecke läuft. Thunblast kommt zur Mitte. Äh, geht wieder weg. So, eine Mine dahin. Du treffst doch eh nicht deinen scheiß Hook. Und dann, zack, tot. Für dich so auslachen. Nee, 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 nee. So easy kriegt er mich nicht. Wär natürlich geiler, wenn der, wenn der, äh, Thunblast mich verlangsamen würde und dann müsste der Hooken. Aber machen die irgendwie nicht. Nee, machen sie nicht. Zum Glück. Also besser für mich. Beste für dich, ja. So, den haben sie gesehen. Junge, Junge, Junge. Du bist immer noch Nummer 1 mit den Last Hits. Ja. Ich fäng jetzt wieder von Lane. Ich hab jetzt 13 Punkte, jetzt immer rausgegeben. Aua. Alter, Gadget. Junge, Junge, Junge. Und der Hook ging daneben. Yeah, Ulti, Ulti, Ulti. Geil, geil, geil. Komm. Oh, jetzt kommt die Ulti von, äh, von der Tussi. Geil. Ja, rechts fällt jetzt, weil die Klamaten-Volari wegkommt. Ach, wir haben einen Tower. Lol, das Ziel ist noch gefallen. Wir haben keine Minions hier. Komm, jetzt fällt aber der Tower. Jo. Sehr fresh. Ach, Kalari macht die, okay. So. Mitte. Ja, hier hin. Ich lass aber mal ein Wort hier. Kalari macht ein bisschen den Gegner-Jungle noch. Oh, okay. Okay. So, sechs Punkte hab ich. Oh, wir waren in Finidori gestern. Alter, wir waren auch in Finidori gestern. So geil dafür. Ey, der war richtig lustig, oder? Ja. Ich hab echt gelacht. Ich hab mehr gelacht als meine Freundin, glaub ich. Weil ich hab auch so einen komischen Humor, aber ich fand den echt lustig, ey. Ich fand den total geil. Ich fand den sogar echt, würde ich sagen, ein bisschen besser als den ersten sogar. Fand den echt cool. Also, ja, besser ist nicht, aber gleich gut. War Hammer. Ja, ich fand den auch ungefähr. Also, früher war halt noch was anderes, weil das war ja so... Für die damaligen Verhältnisse war das ja schon der Wahnsinn mit dem Finid Nemo. Aber der war echt... Ich hab genauso viel gelacht, wenn nicht sogar ein bisschen mehr sogar. Ich will auch ein bisschen mehr auch sagen. Das ist ziemlich cool gemacht. Also, liebe Zuschauer, alle, man findet Dori gucken. Ja, ich kann was dafür immer so. Pass auf, der Spiel kommt... Ähm, der Twin kommt zu euch. Der Twin? Nee, doch nicht. Der auf der Lane rechts. Der ist gerade reingelaufen da. Ah, okay. Oh, Mitte. Oh, Mitte. Dann geh ich auch mal da hin. Ich hab neun Punkte gleich zum Ausgeben. Vielleicht sollte ich kurz zurückgehen und dann da hin. Komm, mach ich schnell. Jetzt ist gerade noch ein bisschen Zeit. Bei mir kann da gar keiner sein außer Jumbler. So. Oh, ich hab den Warnstein gar nicht ausgebaut, merk ich gerade. Upsi. Scheiße. Warum sagt mir das denn keiner, Mensch? Naja, geil. Dafür hab ich jetzt, äh... Erstmal die Kernschmelze ausgebaut. Dann mach ich wenigstens ein bisschen mehr Damage gegen den Richtor. Ich muss jetzt links zu Chimera. Ja. Sonst schnambuliert er sich den Tower weg. Er ist noch da. Er geht nach links. Malarisch sagt doch was. Malarisch so behindert. Was hat es mir gesagt, dass du den mal angreifst? Nein. So, jetzt drauf, 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 drauf. Loll, ich hab den aus Steels Ulti geschlagen. Zack. Alter. Drei rechts. Geil, geil, geil. Unstoppable. Weißt du, Chimera springt zu mir hoch, weil ich stand auf so nem Vorsprung. Und der Steel wollte grad reinulten und dann hab ich den natürlich vom Vorsprung wieder runtergehauen, weil dann konnte ich ihn abschießen und dann kam er nicht mehr zu mir hoch. Ja, und dann, aber er ist trotzdem gestorben. Das geilste war auch, er steht so auf dem Sammler und will sich backporten und ich schieße durch diese Lücke durch, einfach meine Ulti und unterbreche ihn und dann konnten wir ihn noch holen. Das geilste. War wieder witzig, so. Wo laufen wir hin? Wo laufen wir hin? Weil der Twin Blast ist auf dem Weg hierhin, glaube ich. Ich würde sagen, dann gehen wir mal kurz zurück. Jeder von uns trifft auch ziemlich schlecht. Ja, muss ich sagen. Ja, also die Outer-Attacks, weil ich das ein Playstation-Spieler. Komm mir so vor, jetzt trifft sogar die Mini, ist irgendwie schwer. Ohloll. Ich hab auch gerade daneben geschossen, einmal. Ja, aber das hat er grad fünf, sechs Mal gemacht, weil er neben mir stand. Das ist nicht so gut. Da ist lange die Fähigkeiten. Aber dieser fette Feuerstein-Golem-Mann-Lumpen-Typ. Die Mini jetzt machen den Tower rechts, wo ich sie reingeschoben habe. Ja, geil. Wie muss das sein? Das ist ja nicht ganz, aber die machen das halt voll easy. So, sechs Punkte. Ja, auch wieder. Machen wir das weg, verkaufen das. Dann gehen wir als nächstes auf noch einen Stab der Härte. Oder wirbeln den Zauberstab. Wie ich einfach 0-0-0 stehe. Supporter. Ja, geil. Mein Gewoss. Ich hab 4-2-2, auch nicht das Beste. Aber... Ja, aber ich stehe halt wirklich 0-0-0. Ich war noch 0, ich bin irgendwo dabei. Ich gehe rechts verteidigen. Der Twin Blast pusht. Links muss auch einer verteidigen. Ja. Aber Kalari ist da. Ich gehe aber da auch. Oh, hier sind zwei. Ah, ich komme zu dir. Ich könnte hier noch ein bisschen hin. Die hauen eh ab, oder? Ja, die sind weg. Beide. Mal links in Tower. Die Minions. Minions down. Ja. Die sind gerade mal zwei Sekunden rein gewesen. Mitgezählt. Krass. Aber down. Ja, das geht schnell. Bist du? Aber krank. Ach, da bist du ja. Hallo. So, ich stelle ein Ward auf, ja? Ja. Da ist... Da ist schon jemand hier. Oh, ja. Ich habe ein Ward, ja. Gadget kommt schon. Gadget kommt. Und wir haben keinen Tower hier, ne? Da musst du aufpassen. Oh. Oh, cool. Cool, cool. Nein, daneben. Ich dachte, sie läuft nach rechts. Aber egal. Oh, okay. Jetzt müssen wir hin. Jetzt müssen wir hin. Ich kann die nicht abknallen. Hier stehen scheiß Minions. Jawohl. Bombo-Kombo, Alter. Boah, der tankt. Der tankt. Jawohl, jawohl. Ja, der, nice. Didian. Nein, ich habe Blackbuff und du einen Bluebuff. Ach, scheiße. Lol, einfach mal ein Triple Gold. Komm, wir holen den rechten Tower. Ja. Hier ist ein Bluebuff. Komm, komm, komm. Komm hierhin. Dead Irony. Okay. Camara, komm, wir holen Camara noch. Oh, ja. Komm, der kommt hier rein. Was? Oder auch nicht. Ah, okay. Oder auch nicht. Dann komm, holen wir einen Tower. Ja, ja, ja. Soll ich mal rein? Ich tank den Tower. Soll ich schaffen. Ja, dann geh rein. Warte, ich muss aber erst da hoch. Sollte klappen, oder? Ja, ja, ja. Bring direkt mit rein. Towert einfach nichts aus. Fein Lappen. Das hat früher gar nicht funktioniert. Denk ich jetzt auch. What the fuck? Da waren doch gar nicht mehr Minions. Das ist doch geil. Ja. Aber weißt du, ich bin einfach kein Tank, nicht mal. Naja. Aber ich weiß gar nicht, ob man gegen Tower auch Rüstung oder so bauen kann. Leben, na klar. Aber meinst du, machen die Energy Damage oder was machen die? Energy Damage würde ich sagen, oder? Ist das so ein Energieball da oben? Ja, aber keine Ahnung. Dann wäre es ja immer geil, wenn man immer Energierüstung bauen würde. Das, also damals hat man doch gesagt, du musst Markanda gegen Resistenzen bauen, oder? Ja. Täusche mich. Keine Ahnung. Warte. Ich baue mal ein Deck nachher. Irgendwann mal, wenn ich Fun habe. Und bring einfach eine Tower rein. Tower Defender Deck. Ja, Alter, weißt du, mega, das wäre Rampage mit Stil, Alter. Die wollen den OP machen, aber dafür muss ich erstmal meine Kartenpunkte ausgeben gehen. So, ich komme gleich wieder. Als nächstes baue ich erstmal meinen Stab der Härte noch aus. Zack, zack, zack. Okay. Und weiter geht's. Oh, links sind auch krasse Minions, Alter. Ja. Echt so? Mh. Die wollen den Tower holen. Die Minions gehen rein. Ach, die Minions, es ist ja leid. So, Gadget. Tower lebt aber noch. Aber links ist der Tower. Oh, fuck. Da starren wir, die Minions ran. Alter. Laufen alle da rüber, oder wie? Ja. Alter, der Tower. Guck dir das an. Ja. Alter, auch da. Aber irgendwie sind alle weggangen. Junge, was geht denn ab? Irgendwie alle weg. Ja, ich bin da. Ich bin da. Wir sind zu viert jetzt. Ja. Oh, jetzt habe ich das Ding hier abbekommen. Achso, die sind weggangen. Ja, ja. Hier ist keiner mehr bei dir. Loll, 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 loll. Wo ist denn Chimera? Ist der am OP? Nee, kann doch nicht sein, dass es geworden ist. Oh, Alter. Was? Gesehen, wie weit ich geflogen bin? Nein. Alter. Warum fliegst du weit? Äh, keine Ahnung, wieso. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Aha. Wieso fliegst du da runter? Ich wollte nur ein Wort aufstellen und bin dann einen Schritt zu weit gelaufen. Bin irgendwie gegen die Wand gesprungen und habe versinnlich auf Sprung gekriegt und bin irgendwie nicht auf. Äh, wo ist denn der Chimera von denen? Wollen die ein OP machen? Nee. Ist der da unten? Zitronenmesser? Und die Zitronenesser? Sollen wir runtergehen? Weiß nicht. Ah. Wir sind doch geteilt. Pass auf. Die ist noch nicht da. Und Sergitan ist gar nicht da unten. Ah, weiß ich nicht. Einer portet sich back. Nee, wird zurück. Ah, Kalari. Okay. Ah, ja. Warte mal. Wir sind auch eine weniger. Ah, hier mal deren Wards kaputt. Oh, ich hab's ein Ding abbekommen. Autsch. Aha. Ich hab Schild gegeben. Haha, nice. Hab ich's auch ne Weile lang nicht mehr. Ultimate bereit. Gut, Gideon. Komm, Steal geht rein. Steal geht rein. Alle im Käfig. Gideon, Steal Ulti. Los, hier los. Oh, Traum Call. Sterben sie alle. Alter, wie die alle sterben und krimine. Nice. Die Combo ist pervers. Alter, das war krass. Ja, aber wir können auch hier. Egal. Machen wir. Alter, was war eine Combo? Alter, das war krank, oder? Hat alles funktioniert, ey. Steal rein, Decker Ulti, alles geil. Egal. Gideon hinterher. Wir hatten keine Chance. Die waren vor lauter Effekten ja schon geblendet. Ja, ja. Ich hab ne Freundin mal gehabt, die hat Law gespielt und hat mal vor einer Weile Paragon angefangen. Alter, Effekte, Effekte. Sie sieht nichts mehr. So, er ist da in den Feld. Wir gehen nur direkt rechts, da. Ja, ich lauf da hin. Fickse holen wir uns jetzt. Jetzt ist er gefickt. Scheiße. Stürm, die Fickse. Alter, wie, bist du schon nicht zurückgelaufen, Nico? Moan, ihr Killstealer. Du warst es auch noch. Du Assi. Ja, ich sag, er war's, ey. Oh, Mann. Ja. Sollen wir jetzt OP machen? Ja, machen wir OP. Ja. Ja. Das hat jetzt Free Orb eigentlich immer für uns. Ja, ja, klar. Wir kommen nicht mehr raus. Ja, ich kann jetzt aufgeben. Ich bin Vollbild übrigens. Nein, da bin ich ja weiter entfernt. Das schaffe ich so selten, mit Decker. Nein, ich will den Blue. Gönnt euch. Wird schon wieder falsch abgebogen. So, Tankestil. Das Geräusch weiß nicht, woher ich das irgendwie... Irgendwie finde ich das komisch. Von dem Typ? Ja. Ja, mit dem irgendwie an Insect oder so. Oh, ne, kranke Grille. Ne kranke Grille, Alter. Hat ja Kältung oder so. So, ich baut erst mal Back und baue auf Crit um. Das ist noch ein bisschen worden. Langeweile. So, dann bauen wir hier das Rotaugen-Nitro rein. Dann machen wir dafür den Mikro-Sprengkopf. Und dann den Stab der Härte in ein Agurisch-Scepter. So, jetzt bin ich voll auf Crit. Was? Freust du dich? Jetzt habe ich, ich kann es dir sagen, 292 Energieschaden, 30% Crit-Chance, 183 Attack-Speed und 64 Durchdringung. Und... Klingt gut? Klingt gut. 2.100 Leben und ein bisschen Rüstung. Also Rüstung habe ich aber nicht extra gebaut. Ah, okay. Dann kriegst du so. Ist ein bisschen Glaskanonen-mäßig, aber... Ja, du hast ja Leben so dabei, passt doch. Ja, aber auch nur... Ja, es sind ein, zwei Schüsse mehr, was es aussieht. 600 Leben extra habe ich dabei. Was machen wir jetzt? Längst pushen, würde ich sagen, oder? Kommen wir in die Base stellen, warten wir auf, wir darf schon wieder loslaufen. Wird, äh, linke Lane pushen. Ja, mach mal. Ach, die läuft durch. Den Blackbuff mit, dann ist es, wir sind wir finished gleich. Ja. Der Blackbuff ist weg? Der Blackbuff ist weg, hier. Ah, Skalari mitgenommen. Schau mal, die geht zum... Ja, schon, die Gegner. Wo stehen denn die Gegner? Ich mache jetzt 700er Crits. Komm mit. Hä, wo sind die Gegner? Guck mal. Keine Ahnung. Hä, die sind alle am Leben, aber irgendwie sehen wir nur Gadget auf der Map und Kalari ist am Kern. Hä? Ja, wir haben gewonnen. Ich will noch auf Kalari. Ich will da oben in der Base. Schau mal, die sind in der Base oben, schüllen die. LOL, ich habe Kalari getroffen. Ich habe einfach in den Felsen geschossen, habe Kalari, äh, Kalari sage ich schon. Äh, Gadget habe ich getroffen mit der Ulti. LOL. Wie lustig war das denn? Oh man. Alter, ihr wird geballert. Yeah. Und ich habe nur gewinkt. Nein, nein, nein. Ah, es war eine gediegene Runde, ey. Ja, ich habe gewinkt. Gewinkt, ja. Das ist ein gewinkt Wort. Ein gewinkt. Guck mal, hier, dreimal den Lehrstall Deutsch. Der ist doch schon mal toll, oder? Ja. Also ich habe einen Schuh von meiner Freundin, der hat einen mitgebracht, von... Den hatte ich sie mal als Kind bekommen, an der Grundschule. Und der ist richtig gemütlich. Der quietscht aus richtig schön, weiß ich. So ein Bürostuhl für Kinder. Ich trau. Geil. Ja, und sie hat meinen Chefsessel, weil ich ein paar scheiße. Hallo? Tittenbonus. Ja, Tittenbonus. Von wegen. So, ich kann mir noch eine Kartenpackung kaufen. Machen wir das noch schnell. Ich bin hier frisch nagellack und auf. Äh. Nagellack, schön. So. Okay, mal gucken, was wir so drin haben. Also einmal Verstärkerkristall, schwerer Schock, geringes Leben, Heilafiole und Nanodrive. Uh, ich habe einen Stasenstein. Okay. Gut, Pamarillos. Also, ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin. Stay BAM! Tschüss! Denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete. Schick den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro... Ich bin ganz gut. Ach du Scheiße.